I hate hate! Zu einem anderen Ergebnis kann man doch gar nicht kommen, wenn man heutzutage ins Internet geht. Die linken haten, die rechten haten, alle haten. Was soll die Scheiß? Wir müssen helfen und zwar denen, die es gebrauchen konnten. Deswegen no hate, go hate. Kommt, packt an mit uns, besorgt euch so ein T-Shirt und demonstriert nach außen, dass ihr dabei seid. www.skateate.org